Simba, namenhafte Firma rund ums Thema Spielzeuge. Was sind denn Ihre Besonderheiten, das Highlight in 2018? Ein ganz besonderes Highlight ist das Thema The Deep. Im Deutschen nennt sich das die Nektones und das läuft schon seit zwei Jahren auf dem Channel Super RTL mit großem Erfolg. Und da geht es um das ganze Thema Unterwasserwelt. Auch hier geht es um den Kampfgut gegen Böse. Und hier steht ein echtes Highlight. Das ist der sogenannte Magnite. Der hat magnetische Funktionen, mit denen man verschiedenste Funktionen aktivieren kann. Aber Vorsicht, der kann auch richtig schießen. Ah, er hat mich getroffen. Oh, der ist ja ganz schön gewalttätig, der Bursche. Nicht schlecht. Ja, und vor allen Dingen, man kann ihn auch mit in die Badewanne nehmen. Also für Jungs optimal. Badewanne oder Swimmingpool. Der ist nämlich auch für Wasser geeignet. Das schauen wir uns jetzt an. Nehmen wir ihn mit, den guten Burschen. So, damit gehen wir jetzt schwimmen. Jetzt hat der Magnite hier ja natürlich ganz viele Applikationen. Sagen Sie, für was ist denn das hier geeignet? Ja, der Magnite heißt nicht ohne Grund-Magnite, denn er kann mit seinen Magneten hier verschiedene Fächer öffnen. Ah, falsch rum. Aha, Simsalabim. Das ist ja toll. Genau, dann geht das Fach auf und dann können natürlich auch die Figuren aus der Serie in den Magnite Platz nehmen. Platz nehmen, einsteigen, Tür zu. So, und jetzt würde ich sagen, geht es auf Tauchstation. Und ab ins Wasser. Jibbi. Oh, wow. Also das ist jetzt quasi komplett wasserdicht. Absolut. Da kann man die Figur reinpacken und jede Menge Action auch unter Wasser erleben. Weil das Wasser macht dem Robot gar nichts aus. Das ist ja toll. Da freuen sich die Jungs. Ist das für Mädchen auch geeignetes Spielzeug? Ja, The Deep. Da kommen auch Mädchen drin vor. Also in der Familie von den Nekthons gibt es ja auch eine Schwester und die kämpft auch natürlich mit, weil es ist ein Kampfgut gegen Böse. Und die Familie Nekthons muss sich auch immer gegen die Piraten durchsetzen. Ach, das ist ja schön. Dann dürfen wir Mädels auch mitmachen. Das ist doch toll. Ja, unbedingt. Vielen herzlichen Dank. Gerne. Vielen herzlichen Dank.